ja hallo und herzlich willkommen hier bei headlock dem pro wrestling podcast und einem update speziell für youtube es gibt jetzt mitgliedschaften ihr könnt jetzt die premium inhalte von headlock direkt über youtube beziehen wieso weshalb warum das erklären wir heute in einem kleinen update mein name ist olaf bleich ich bin euer host und bei mir da ist der kai wunderschönen guten tag kai hallo und jetzt müssen wir erstmal sagen natürlich dieses video richtet sich explizit an die menschen da draußen die headlock bei youtube verfolgen und kai das sind gar nicht mal so wenige und das ist dann letztlich auch der grund weshalb wir uns dann nach etwas längerer zeit auch dazu entschlossen haben eben auch mitgliedschaften hier bei youtube anzubieten ja genau also wir wissen ja alle natürlich der kämmer von uns selbst menschen ist ein gewohnheitstier und wir haben ganz viele hörer hören die sagen ich verfolge eigentlich nur über youtube deswegen haben wir auch angefangen wie mehr videos zu machen damit die leute auch was davon haben und die sagen dann ja ich hätte schon bock auf premium formate aber jetzt in eine neue app steady page will irgendwas da habe ich jetzt nicht so viel lust drauf das war ja auch damals ein großer groß argument für steady selbst dass es hieß sie könnte sagt mich bei spotify reinpacken aber jetzt eben für die leute die sagen ich möchte ausschließlich youtube nutzen haben wir uns dann gedacht okay gut dann packen wir unsere premium formate eben auch auf youtube für euch wir haben es jetzt so gemacht jetzt sind mal die sachen natürlich aus 20 23 online und die sachen aus 20 22 also ihr habt schon mal einen riesigen katalog den ihr hören könnt aber der olaf ist auch dabei die älteren sachen natürlich höher hoch zu laden aber bei irgendwie 800 podcast podcast dauert natürlich auch ein bisschen trotzdem habt ihr dann jetzt schon zugriff auf über 200 premium folgen ganz genau das muss mir ganz klar sagen also ich habe anfang des jahres mal eine kleine umfrage gestartet wie ist denn da so der tenor und der tenor war eigentlich ganz gut dass nicht alle ja sagen ist ganz klar aber trotzdem gab es eine relativ große gruppe die gesagt hat ja hätten wir gerne und vor allem habe ich auch mal zwischendurch mal wieder nachrichten bekommen mensch könnt ihr nicht mal die inhalte auf youtube bringen haben wir jetzt gemacht hat länger gedauert aus genau dem grund den kai angesprochen hat ich wollte euch nicht einfach so ein blanco premium programm anbieten sondern ich wollte dann wenn schon auch schon ein richtiges archiv dahinter haben und deswegen inhalte 20 22 20 23 komplett da das sind fast 250 podcast das bedeutet ungefähr pro monat veröffentlichen wir so zwischen zwölf und 18 bis 20 stunden zusatz content ich habe jetzt wirklich noch mal nachgeschaut logischerweise in den vergangenen monaten wo ich den ganzen krempel hier hochgeladen habe und konvertiert habe in videos also es ist eine riesige riesige menge dies da schon mal zum start gibt und die nachfrage war da wir kommen dem gerne nach und das ist jetzt dann eben auch der springende punkt und obendrein hat youtube eben auch noch ein paar wirklich große vorteile zum einen du hast schon gesagt eine youtube hat eigentlich jeder irgendwie auf dem handy auf dem fernseher die ist super verbreitet ist sehr leicht zu bedienen ist super stabil muss man sich nicht mehr mit groß beschäftigen weil ich glaube jeder mensch der podcast hört oder das video jetzt schaut hat youtube logischerweise schon mal benutzt so außerdem natürlich die bezahl optionen sind bei google drin also die meisten haben ja wahrscheinlich auch schon beim playstore irgendwas gekauft das läuft alles darüber alles super easy und auch da die vielfalt an bezahl optionen und auch die sicherheit ist da natürlich absolut gegeben und was auch natürlich ganz ganz wichtig ist das ding ist jederzeit kündbar das heißt wenn ihr sagt ja will ich haben und ihr sagt im nächsten monat will ich nicht mehr haben dann könnte kündigen die geschichte läuft und noch bis zum ende des monats weil ihr habt ja dann schon bezahlt einen monat aber dann ist es halt vorbei es gibt keinerlei großen aber verpflichtungen ja oder sonst irgendwas sondern da könnte einfach sagen ab die post unter was ganz praktisch ist um es genau zu nennen ihr müsst dann jetzt nicht sagen als lastschrift oder kreditkarte also ihr habt wirklich kreditkarte paypal aber auch so sachen wie klar nach pay safe karten da gibt es wirklich also für jeden ist eine methode dabei dass es dann easy ist das ding zu abonnieren ich habe sogar festgestellt dass es einige mobilfunk anbieter gibt bei denen du es quasi über google dann auf die handy rechnung setzen kannst also bei mir geht das zum beispiel bei bei o2 ja tut mir leid ich bin bei o2 aber das ist zum beispiel auch was super praktisch weil auch das bezahlst du ja automatisch und da musst du dich dann nicht großartig noch um irgendwas kümmern ja kai jetzt kann man sich erstmal vielleicht zu dem springen punkt hier wie viel kostet denn der spaß weil da muss man auch sagen also im gegensatz zu patreon im gegensatz zu steady ist youtube bzw google ein bisschen teurer und gieriger auch also da wird deutlich mehr von dem geld abgeknapst was wir bekommen im vergleich zu den anderen supporter kanälen die wir sonst nutzen genau also eben so dass sein dass quasi bei uns der gleiche betrag hängen bleibt also mit dem und supportet ist es so dass zum beispiel bei patreon oder bei steady kostet die sachen dann 5 99 bei youtube für das ganze dann 7 99 kosten einfach damit bei uns für die arbeit oder als support der gleiche betrag hängen bleibt nur damit dann quasi auch noch was davon habt dass es hier in anführungsstrichen etwas teurer ist haben wir uns dann auch dafür entschieden zum beispiel zu sagen dass ihr dann nicht mehr die youtube werbung sehen müsst wenn ihr unsere videos schaut also so als extra guti also selbst wenn ihr jetzt zum beispiel kein youtube premium abonnent seid könnt ihr trotzdem sagen ich kann jetzt die podcast ich über youtube und headlock höre die ja teilweise zwei oder mehr stunden gehen wo irgendwie werbung drin ist dann müsst ihr euch eben nicht mehr die werbung anschauen also ist auch noch mal ein extra vorteil für euch quasi genau die normale sponsorings die wir ja relativ selten haben die bleiben drin aber die youtube werbung die dazwischen geschaltet wird die fällt raus um das noch mal ganz klar zu stellen hier und ja wir bieten auch auf youtube erstmal nur ein paket an ich wollte das nicht so unübersichtlich haben deswegen erstmal nur ein paket 7 99 ihr habt auf der einen seite natürlich zugriff auf das archiv mit fast 250 exklusiven podcast dann eben der vorteil den kai schon angesprochen hat wir laden auch die wochenend podcast da separat hoch ohne werbung das heißt ihr könnt ihr in einem rutsch durchgucken und das finde ich auch schon mal ganz wichtig für youtube und was haben wir dann noch auf lage natürlich haben wir auch noch so diese diese standards die man als supporter eben bei uns bekommt vielleicht hier noch mal ganz kurz aufzudröseln also youtube nimmt wirklich 30 prozent von dem weg was was wir quasi dadurch einnehmen patreon und steady im vergleich machen so fünf bis zehn das ist eben schon wirklich eine große nummer deswegen auch dieser preissprung auf 7,99 und natürlich bedeutet das auch mehr aufwand für mich im speziellen der dann auch die inhalte hoch lädt und deswegen sind wir da eben bei 7,99 rausgekommen haben wir haben aber auch wie gesagt da ein paar goodies noch obendrauf gelegte werbefreiheit keine youtube werbung mehr ist das eine das nächste sind natürlich dann auch geschichten wie umfragen und auch was ich jetzt ganz witzig finde es gibt da bei youtube im speziellen es gibt die möglichkeit supporter exklusive emojis einzubringen wir haben so so logos die du bekommst wenn du längere zeit supporter bist also sprich da haben wir auch dann ja eigentlich auf chris anraten hin ein kleines maskottchen hier mit eingeführt nämlich die ginger jalapeno da hat eine freunde von mir das gemalt und da haben wir so eine art medaillen draus gemacht da werden wir mal gucken dass wir die noch ein bisschen größer irgendwie mal dann raushauen aber das sind so nette gags die man da bringen kann und die dann eben auch da mit drin enthalten sind und natürlich haben wir dann auch für die die dann noch zum beispiel weiter unterstützen möchten und merch kaufen wollen gibt es da auch wieder einen exklusiven code 20 prozent rabatt bei sl wrestling und den code den werde ich dann entsprechend auf der seite ankündigen und da anpinnen dass ihr es auf jeden fall auch zu sehen bekommt ja und jetzt stellt sich natürlich an der podcast aussehen die werden so ähnlich aussehen unsere wochenend podcast das zuletzt auch getan haben sprich wir haben ein standbild ohne audiolinie das ist auch ganz ganz wichtig ist das war ein feedback was gehört worden ist deswegen ohne audiolinie einfaches standbild thumbnail läuft durch ganz easy für die zukunft nehmen wir uns da auch vor hin und wieder mal wieder was mit videos zu machen so wie wir es jetzt zum beispiel immer wieder mal regelmäßiger in den letzten wochen gemacht haben das ist auf jeden fall ein ziel ja und kai auch die interaktivität ist ja was was wir dann auch über youtube mitgliedschaften noch weiter steigern wollen genau da gibt es auch noch zum beispiel umfragen zu den classic reviews also generell versuchen wir immer mehr dann euch so ein bisschen einzubinden also ihr merkt ja auch schon das feedback mit der audiokurve wurde auch gehört und das werden wir natürlich dann auch da benutzen wenn wir fragen zu verschiedenen formaten haben um euch da dann einfach über die mitgliedschaft abstimmen zu lassen und ihr seht dann sachen wie on a pole no whole spot also on a pole natürlich da dann ganz klar so ein bisschen unser trash format wo sich der christ dann schrott matches raussucht die wir uns angucken ich habe immer noch ganz ganz schlimme älnerungen an das punjabi prison match zum beispiel und das nicht zu vergessen natürlich das match of the week wo wir ein spezielles match sehr detailliert besprechen also all das sind so formate die dann auch habt also damit ihr wisst was da auf euch zukommt oder oder was ihr dann alles hören könnt an an formaten im augenblick veröffentlichen wir so rund drei bonus podcast pro woche die dann nicht nur bei patreon bei steady erscheinen sondern natürlich dann eben auch bei youtube wenn ihr das video hier seht und kai hat gerade schon einige formate angesprochen die populärsten formate aktuell sind unter anderem das magazin das erscheint alle zwei wochen das ist unser news talk natürlich wo wir noch mal die ganzen aktuellen geschehnisse noch mal besprechen wir haben jetzt kürzlich veröffentlicht die golden years also marcus holzer und ich mit einem watch along format retro watch along jetzt zuletzt mit dem wwf royal rumble 1990 ist auch super populär ohnehin die ganzen watch alongs die wir vorher nur bei page und bei steady gehabt haben die schwappen jetzt mit rüber und zu dem zweck habe ich da eben auch noch eine eigene playlist zu angelegt also wir haben grundsätzlich jetzt mal den youtube kanal ein bisschen umgebaut es gibt neue playlist für die premium jahrgänge 2023 2022 aber dann eben auch ja für themengebiete zum beispiel wie die watch alongs da findet ihr die klassischen watch alongs die wir schon gemacht haben es gibt die golden years es gibt monday night watch und on a pole das sind so die formate die wir da haben wir haben die reviews kann ich jetzt gerade schon angesprochen wir machen ja hier auf dem youtube kanal und auf generell eigentlich im free bereich machen wir eigentlich nur wwe und aw natürlich haben wir noch viel viel mehr wir haben zuletzt für supporter auch ring of honor gemacht wir haben nxt gemacht machen new japan die g1 climax finale steht vor der tür das wollen wir auch machen wir haben natürlich auch die classic reviews da wird regelmäßig abgestimmt da steht dann auch demnächst der nächste podcast vor der tür die personality formate haben wir separat aufgedröselt also all das dieser abwechslungsreichtum ich glaube der macht auch hier das produkt und das was wir jetzt anbieten hier absolut aus also ich glaube kein wrestling podcast in deutschland ist so abwechslungsreich so facettenreich und dann im endeffekt auch so groß wie das was wir euch jetzt hier quasi mit diesem gesamtpaket anbieten und das ja bringen wir jetzt auch auf youtube aber halt auch ganz ganz wichtig und wo wir auch immer selber merken was super beliebt sind dann auch so personality podcast natürlich also karriere podcast oder ich hätte schon das johann angesprochen oder auch helden aus der zweiten reihe was wir uns exklusiv für patreon steady und jetzt auch noch youtube ausgedacht haben wo es darum geht zu sagen okay wrestler wrestler xy das reicht jetzt nicht für einen großen normalen wochenend podcast aber für so eine stunde talk wo man sagt über den muss man eigentlich mal reden da hat man auch solche sachen und die kann man ja immer nachhören also das ist immer ach guck mal über den muss ich immer was wissen stunde podcast perfekt rein ganz genau deswegen abwechslungsreich ist da zeitloser content ist da jede menge stuff zum hören ist da schaut also da gern vorbei ich sage es nochmal 799 dann hier auf youtube lohnt sich auf jeden fall und vielleicht dann nochmal an der stelle der ganz kurze verweis an die die jetzt vielleicht fragen so ich bin schon bei patreon und steady muss ich jetzt umsteigen und vielleicht auch ja gibt es da irgendwas exklusives bis irgendwas besonderes wenn ich jetzt bei youtube gehe so nein wir versuchen natürlich erstmal grundsätzlich den gleichen content auf allen kanälen einfach zu haben das ist schon mal ganz wichtig und wer jetzt bei patreon bei steady beispielsweise schon ist und sagt ich bin da zufrieden mit ich komme damit gut klar und das passt für mich dann bleibt auch da es gibt keinen grund umzusteigen sondern youtube ist einfach für uns ein weiterer kanal wo wir die leute ansprechen müssten die eben bei page und bei steady vorher noch gesagt haben nee das ist mir zu umständlich ich möchte mich nicht mit den apps auseinandersetzen ich möchte vielleicht ich komme ich mit bezahloptionen klar ich bleibe bei youtube und für euch youtube zuschauer was immer noch tausende jeden monat sind ich finde es immer wieder crazy wie viele das sind für die ist genau dieses angebot gemacht wir bringen euch die premium inhalte für youtube direkt in eure app auf euer handy auf euren pc wo auch immer ihr das schaut und das ist unser ziel das bringen wir jetzt an start und das ja damit geht es jetzt los kay attacke attacke ganz genau und damit sind wir eigentlich auch schon durch oder hast du was zu sagen ja ne also wie gesagt ich sage jetzt schon mal vorausschauend vielen dank an jeden der uns dann jetzt hier auch auf youtube supportet viel spaß mit den ganzen podcast die schon alle aufgezählt haben also ich glaube wenn ihr jetzt anfangen keine ahnung sucht euch irgendein 100 plus stunden spiel witcher skyrim keine ahnung könnt ihr dreimal durchspielen könnt dabei premium podcasts hören ganz genau das und wie gesagt diese woche geht es dann eben auch schon los wir haben die das watch along das golden years watch along zum royal rumble 1990 am start wir haben hier one zu bobby lashley am start wir haben das match of the week am start plus eben den ganzen backlog von 20 22 2023 also wenn sich das nicht lohnt dann weiß ich auch nicht und kann jetzt schon angesprochen wir wollen natürlich auch dann in den kommenden monaten auch die übrigen podcast online bringen also 2021 das ist mein ziel das soll noch in diesem jahr auf jeden fall kommen und dann so peu a peu die anderen jahrgänge eben auch das ist mir ganz wichtig dass eben da auch alle inhalte da sind also da kommt noch mehr und vor allem da kommt noch regelmäßig neuer content dafür stehen wir mit unserem namen sozusagen das versprechen wir euch und ich sage an der stelle dann viel spaß mit dem programm auch natürlich mit dem weiteren free programm und in dem sinne sage ich hier an der stelle dankeschön fürs zuhören dankeschön fürs zuschauen und bis zum nächsten mal hier bei headlock dem pro wrestling podcast macht's gut tschüss tschüss headlock der pro wrestling podcast